Egal ob Kursfahrt, Studienreise, Abschluss oder Abi. Mit dem neuen Abi Home Shirt Creator designt und bestellt ihr eure individuellen Shirts und Hoodies ganz einfach online. Wählt aus tausenden fertig gestalteten Motiven oder ladet euer eigenes Design hoch. Anschließend wählt ihr das passende Textil und eine der vielen zur Verfügung stehenden Farben. Wählt die passenden Größen und bestellt und bezahlt ganz einfach online. Und das alles wie gewohnt zu unschlagbar günstigen Preisen.